So, ähm, äh, kann ich hier, wie kann ich meine Dinge verwenden? Äh, meine, äh, meine, äh, meine, äh, meine, 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 meine Seelen da, oder Blut, nein, Seelen sind das hier. Wie war nicht hier meine Seelen? Mir ist gerade nicht eingewallen. Hier noch nicht, okay. Guckt an. Gut gemacht, weiter geradeaus. So. Geh den Weg einfach nach, okay. Okay. Hallo. Ja, geil, da geht's nicht weiter. Ich hoffe eigentlich, das Spiel ist schlau genug, Leute. Das müsst ihr mir sagen. In the ancient legends, it is eaten. To one day an unabashedly chosen. To leave the asylum in pilgrimage. Jetzt mal einen schönen entspannen, Darksatz zuzugucken. Lordrae. Lordrae. Aber ich bin schon jetzt weiter als im Blattbomb, weil ich habe mich schon den ersten Boss besiegt. Er hat mich irgendwo hingebracht. In Lordrae steigt auf einfaches Lach vor. Feuerbahn schreit. Ach so, das ist sicher, wo ich jetzt mal in der ganzen Welt rede. Na, was? Also. Ich schlage immer alle. So, willkommen in Darksatz-Schaffina. Danke. Alrighty. Okay. Ich würde mir die Hütten töten, nicht. Alter, wie seh ich aus? Weil ich und dort bin, ne? Alter, wie seh ich aus? Ich wollte eigentlich Schutz drücken und ich hab dann aus Versehen, ja. Menschlichkeit. Okay. Ey. So. Den Weg da rauf, wo gehen wir hier? Ich geh jetzt noch hier. Kann ich sicher ein bisschen looten? Da macht mir Angst, eine. Okay. Kisten. Ich mach hier mal ne Umfrage. Kiste öffnen oder nicht öffnen, okay? Ich muss nicht erstmal Spawnfire aktivieren. Soll ich, oder? Wartet mal. Ich wollte es eigentlich auch nicht aktivieren, aber ich aktiviere es dann mal. Wartet mal, ich geh jetzt noch da rauf. Ich glaub, wir sind... So. Kisten. Alter, Hebel. Verarsch du mich? Ach so. Soll ich echt das Spawnfire aktivieren? Ich hab Angst. Okay, ich aktiviere es jetzt mal. Äh, wo kann ich das aktivieren? Ähm... Benutzen. Sehen wir noch immer scheiße aus. Freund oder Feind? Ich hab ja gesagt, Jens, ich bin Noob. Ich bin Noob bei Dark Souls. Mann. Aber was heißt das Spawnfire jetzt? Kommandos. Warte, da musst du einfach, ähm... in meine Liste gehen. Den hab ich so... den hab ich eigentlich installiert. Hey, Kalle. Servus. Ach so, ich bin... Och mein Gott, ich kann jetzt schon das Gebiet auswählen. Echt jetzt? Ohne Witz? Okay, wartet mal. Echt jetzt? Okay, das sieht schwer aus. Mann. Ich geh über die Brücke. Okay. Das Feuer, wo du alles aufwählst. Aber, Kalle, schön, dass du da bist und mir bei den Sterben zu siehst. So, okay. Ich geh mal über die Brücke. Don't get the insight. Wo ist Kalle? Ja, Falkes Armee. Über die Brücke? Where's the bridge? Oh, wie süß. Über die Brücke, Kalle. Übrigens, ich hab heute versucht, deine YouTube-Videos... Ich hab dann versucht, deine Videos auf YouTube zu spielen. Die gingen nicht. Über die Brücke, meinst du, ne? Alter, ich dachte mir gerade, wie er gerade wieder ist. Okay. I go over the bridge, but ich hol... Ich warte hier. Oh, fuck! Was war das jetzt? Hast du das gemacht? Nein, irgendwas schmeißt von oben. Schweine. Au, fuck. Ich will nicht runterfallen. Ding ist. Wuh! Okay. Oh. Wartet. Au, Schweine da. Sag, kann man mich schon schmeißen? Du kommst her? Jetzt kommen wir näher. Boah, fuck. Boah. Boah, fuck. Ja, genau. Okay. YouTube mag mich nicht. Ja, äh, ich muss noch mal schauen, aber... Weil du kriegst... Du müsstest bei deiner E-Mail was gekriegt haben. Du hast ja deinen Kanal über deine E-Mail gemacht. Oder mein... Aber normalerweise geht das richtig schnell bei meinem Laptop, also... Ich hab meine Videos, wenn ich Twitch habe, in 10 Minuten oben immer. Deine Zeit hat aber echt lang gedauern. Bin wieder da weg... Bin wieder weg, R-E-B-Kopf. Okay, ciao. Oder what? What the fuck? Ratten. Ih, ih, ih. Ja, voll riesig mein Kopf heute, hm? Krass. Oh, Leiche blündern. See. Ich esse gerne Seelen. Boah. Also, Karl, wenn ich irgendwo falsch gehe, oder Giuliano, und ihr sagt, okay, das ist zu und schweres Gebiet, dann sagt mir das bitte. Statt der Untoten. Nein, du sollst nicht angreifen, Tussi. Nein, du... Du tust erst so an Ex-Dus-Flakon da. Zack, zack, zack. Okay. Gut. Alter, was schmeißt denn ihr hier immer rum? Oh. Nein, jetzt hofft schon wieder mein Hebel. Ein Fehler. Oh, mein Hebel, hey. Geht's mir das an, nee. Schau, 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 dann auf einmal das Schild weg. Ja, Karl, genau, Karl, weil du jetzt jetzt endlich mal da bist. Wenn ich auf Wand schlage, kommt irgendwo ein Weg, oder? Der Jens, der glaubt mir das nicht. Ich glaub auch, dass Giuliano's Internet wieder weg ist. Der arme. Alter, ist er schon wieder ein Boss-Freund? Ihr verarscht mich doch, oder? Ist er schon wieder. Ah, ich hab drei Stückchen. Oh, da heißt neben nicht immer Boss-Kampf. Okay, pass auf. Hallo. So. Seele. Manchenwenden? Ja. Ich schlag einfach alles nieder. Alle Wenden, die verdächtig sind. Kinder. Okay. Okay. Ähm, nein! Ähm, wo bin ich jetzt? Okay. Gibt's Gründe, dass du die ganze Einrichtung kaputt machst? Ja, keine Ahnung. Ich dachte, da irgendwann kommt mal was bei diesen Ständen da. Alter, ich hab den Boss-Fan schon gesehen. Alter! Habt ihr das gerade gesehen, wie der Herrge glitscht? Also, wie der Herrge glitsch? Oh, ich hänge! Oh, ich hänge wirklich! Ja. So. Siehst du? Ich wusste doch, dass irgendwann mal was versteckt sein könnte. Okay, drei Skelette. Drei Skelette bringen mich schon zur Verzweiflung. Gut. Sehr schön. Gut. Jens, es ist immer alles gut, kaputt zu machen. Es ist immer das gut. Weißt du, mein Charakter? Ich verdrück mich da einmal zu viel und danach greift sie gleich zusammen an. Komm her. Greif mich an. Komm her. Greif an, greif an. Los. Oh, der schlägt zweimal zu. Fuck. Ups, mach das kaum. Ja, jetzt schlag schon nicht zweimal zu. Jetzt reicht's mir. Oh, Mann, ey. Nein! Wir sind, wir sind, wir sind zu eng. Komm bitte rauf da. Jetzt komm. Ja. Kommst du? Blöd zu kommen, oder was? Okay, das hört sich schon wieder sehr falsch an. Oh, geil. Jetzt hängt schon wieder... Oh, cool, super. Supi. So, destroying. Huch. Schau, schau. Hast du gesehen, Jens? Auf einmal bist du da in ein Loch drin. So. Ihr merkt schon, das wird ein lustiger Durchgang mit mir. Bin ich schon bei solchen kleinen... ...miesen Bildern hängen. ...miesen Bildern hängen. Destroying. Wow. Lass blocken los, dann füllt sich dein Ausdauer wieder auf. Also, du bist wieder bei Lords of Fallen, okay. Wartet mal. Hier geht's sicher schon wieder... Och, Mann, hey. Darksoid ist echt so ein Labyrinthen. Ich hab nämlich... Das füllt mir auch mein Leben noch auf. Sprechen oder nicht sprechen? Ich möchte mal nur schauen, was er hat. Hat der Flakoni? Nö. Der hat ja gar nichts gescheitzt, oder? Blockierer-behindt, ey. Blockierer-bedingt. Okay, dankeschön. Oder? Ja, du bist Zeitverschwendung da. Mein Hebel wieder. Ey! Sie sollte... Sie sollte... Sie sollte aber lieber das Schild oben lassen. Sie wird von allen getroffen, irgendwie. Wie? What the fuck? Scheiß, die waren dann. Ey, jetzt mach mal nichts. Das ist immer... Scheiß Hebel hier. Aber stark, ne? Scheiße. Wenn du einen Händler tötest, kannst du eine Katar... Ja. Keiner sagt das gleich. Ich tötere gern diese Leute. Habe immer nur aus Versehen. Ich habe einen anderen auch getötet. Hey. Alter, kannst du mal sagen, dass der aber so stark ist? Alter, mein Hebel kackt grad voll ab. Das geht sonst nicht so weiter, wenn es so weitergeht. Yes! Äh, hab viel gesehen, die auch Ritter oder Krieger waren, aber Feuerbälle mit der Hand schießen könnten. Das will ich auch. So, Anwesensschlüssel, Menschlichkeit, äh, Organführungs... Und ne Ding. Cool, danke, Jens. Äh, danke, Kalle. Ach, Jens. Entschuld an. Ich muss ja nur wissen, ähm, ist es besser? Ja, von der Schlagfähigkeit. Kann mit aktuellen Werten nicht effektiv genutzt werden. Was heißt denn das schon wieder? Heißt sie schlechter? Ich bin für Denise wieder, 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 Kalle. Ich bin für Denise wieder, Kalle. Hä? Check ich nicht. Das erinnern kann ich nicht. Boah, nein, lecker mio. Also, ne, die Waffe gefällt mir nicht. So, die Waffe gefällt mir nicht. Äh, hab ich ein Schild denn anders? Ich hab gar nichts, ne? Oh, keinen anderen Helm. Ich liebe das, wenn ich mich anders umziehen kann, nämlich. Äh, Stufe. Oh, mein Herz. Ja. Hey, jetzt hab ich irgendwas weggemacht. Ähm, keine Ahnung, Jens. Meistens musst du deine Handschuhe finden. Kannst du auch, du musst in der Pyramiden befreien. Der Wartbisschen war. Du musst noch deinen Wert auf die Waffe skillen. Ja, dann ist, nennst mich wieder Kalle. Achso. Entschuldigung. Entschuldigung. Ist immer leid. Ich bin gerade, ich bin gerade so aufgeregt. Weil mein Hebel gerade voll scheiße tut. Hau. Und, ja. Äh, ja, egal. Äh, ja, den göttlichen Segen habe ich ja. E-drehen. Ah, den habe ich jetzt gerade. Aber egal. Du kannst deine Menü in Einzeige umschalten. Aha. Achso. Und da ist, äh, Belastung. Okay. Okay. Aber die Katana. Kannst du sehen, wo du noch schwach bist? Okay. I understand, I understand. Okay. Gut. So, komm her. Greif an. Greif an. So. Ich mache das immer so. Das habe ich auch bei Bloodborne schon gemacht. So. Was? Nimm die Seelen raus. Verquittung. Wie, wie tue ich das raus? Nee. Äh. Wie mache ich das raus? Segen ist sehr selten. Okay. Musst du auch da aber die Bomben runterwerfen und den sitzt dann im Käfig. Okay, aber dann warte ich ran, aber gar nichts raus. Achso. Aber das habe ich eh schon. Er verwirrt mich. Ihr seid alle so Dark Souls Profis. Und ich bin da der kleine Noob, der was da gerade vor allem spielt. Er sich eh schon fast blamiert. Und ja. Wurfmesser. Wow. So. Ähm. Ja. Nein. Ja, jetzt bin ich da oben. Da war ich aber. Ich war da unten ja schon. Ja. Geil. Von da kam ich. Kann ich springen? Oder? So. Äh. Ja. Okay. Was ist das nächste Feuer erreicht, Chefin? Okay. Cool. Du warst ein Feind. Was klingt denn das da? Das ist ein Ratte. Nein, nein. Jetzt gehe ich zurück, oder? Ich, 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 ich. Nein, falsche Richtung. Ja, ich gehe ja schon zurück. Gehe ich halt hier. Da war ich aber auch schon. Ich war ja eigentlich überall schon. Wahrscheinlich habe ich alles destroyed. Ging jetzt nicht mehr weiter. Oh, da steht noch mal. So. Äh. Ja. Dann gehe ich nicht herunter. Scheiße. Ich wäre ja wieder runtergegangen. Ähm. Ah, schaut an. Ich habe noch eine Seele gefunden. Oh, nein Gott. Wenn ich nicht hoffentlich vor den ersten Lagerfeuer sterbe. Uiuiui. Okay. Oh Gott, ist das schlimm anzusehen? Oh, danke. Was, so, also. Was? Es ist, als ob jemanden zu sehen, der gerade von einem Unfall ist. W-was? Komm, so schlecht schlage ich mich gar nicht. Ihr habt es auch schlimmer erwartet. Abfall. Wow. Nein, nein. So. So. Huh. Warte, ich werde ausgerutscht. So. Nochmal eine Menschlichkeit. Guckt an. So. Oh Gott. Ich dachte, ich hätte jetzt nicht gewohnt. Hä? Geh rechts. Hat der Juliana gemeint. Geh rechts. Okay. Steh. Steh. Ich brauche erst das und stehlen. Okay. Okay. Geh ich jetzt mal hier rauf? Nein. Hier rauf ist scheiße. Hier rauf? Ah. Schau an. Jetzt bin ich mal ein bisschen woanders. Kann ich hier rein? Hallo? Hallo? Ist hier... Ist anybody... Holzschild? Uh. Cool. Ich habe ein neues Schild gekriegt. Aber mir fehlt eine gute Waffe. Okay. Ja und dann links. Ja, ja. Ich bin da nur reingegangen. Links ist das Feuer. Okay. Ah. Ups. Okay, die Menschlichkeit setze ich ein, oder? Schade, hier glüh ich nicht so cool. Okay. Okay. Entfachen. Soll... Okay, Leute. Soll ich leveln? Oder was ist entfachen? Ich gedrängt jetzt. Ah, echt. Wie sie reden. Sie hat noch nicht die Werte für das Katana. Also, ihr... Okay, jetzt habe ich die Menschlichkeit. Nein, aufsteigen. Oh. Okay, ich habe nichts gesagt. Kalle hat das gesagt, oder? Irgendjemand hat gesagt, nutzt dann die Menschlichkeit. Mach Auslösung, Umkehr. Hi, kleine Hexe. Hi. Und dann einfach. Und dann einfachen. Alles klar, kleine... Ähm, entfachen. Und dann aufsteigen. Okay. Äh, aufsteigen. Und was mache ich da? Aha. Ja, ich möchte das Schild haben. Ups. Das heißt... Das war bei L. Ihr sagt, was ich leveln soll. Oh, mein Akku ist fast leer. Also, sagt gar nicht. Ihr schreibt schnell. Äh, und ich, äh, muss schnell ein Kabel holen. Ich glaube, das war bei L. Okay. Okay. Oh, mein Akku. Autsch. Lass mal hin, also, äh, nehm am besten, bitte, bitte, bitte. ... ... ... Also, was hat er gesagt? Äh... Nein, ich habe sie jetzt verloren. Muss ich ja lesen? Nein, verpiss dich jetzt mal hier. Okay nochmal. Die Beste Vita... wieder leveln wir auf ausdauer wo ist ausdauer ich lese keine ausdauer resistenz oder wird es sein stärke und beweglichkeit ja haben wir jetzt aber nicht am anfang sollst du echt die ersten genannt werden hochleveln okay ok ich bin schon stufe 7 ok habe ich es doch gut gemacht oder kondition ausdauer ups ok 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 ich habe jetzt sehen solche jetzt ist die resistenz ja tut mir leid tut mir leid leute ich bin ja voll angespannt ohne witz jetzt so schlagen wir mal zack 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 das wäre ich immer besser so langsam wo wo ja das ab und zu schaltet mein computer hat er jetzt die tür zugemacht um zu schießen oder was so mein schlauer fuchse ab und zu schaltet das mein hebel um der ist so blöd gerade aber ich habe zehn hebeln nein nein ja 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 ja